Im zweiten Mose 35, ab dem ersten Vers lesen wir und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Kinder Israels, er versammelte alle, alle sind gekommen, etwas Wichtiges wollte er wahrscheinlich mitteilen und er sprach zu ihnen, das sind die Worte, die der Herr geboten hat und im zweiten lesen wir weiter, Sechs Tage soll gearbeitet werden, aber der siebte Tag soll euch heilig sein, dass ihr die Schabbatruhe des Herrn feiert. Wer da Arbeit verrichtet, der soll sterben. Am Schabbat-Tag sollt ihr kein Feuer anzünden, allen euren Wohnungen. Wenn der Allerhöchste zu Mose gesprochen hat, das ganze Volk Israels zu versammeln, um ausgerechnet das mitzuteilen, dann muss es heißen, dass es sehr wichtig ist. Das ist nicht das erste Mal, dass der Allerhöchste durch Mose folgende Worte gesprochen hat. Als er die Schrifttafeln auf Sinai, auf dem Berg, gegeben hat, war es bereits festgeschrieben. Und mehrmals wird es wiederholt im zweiten Mose. Den Schabbat-Tag sollen wir für den Herrn freihalten. Als wir heute hier auf dem Weg her waren, Berlin hat mich Berlin an Jerusalem erinnert. Nicht durch die Farben der Steine. Und nicht die Arten der Bäume. Auch nicht die Kleidung der Menschen. Sondern deswegen, weil so wenige Autos auf den Straßen waren. Und sehr wenige Menschen auf den Straßen. Und das ist richtig. Wenn wir uns die ganze Situation anschauen. Gewöhnlicherweise, wenn wir hierher fahren und an einer Stelle vorbeifahren, ist samstags immer Stau an dieser Stelle. Weil die Menschen schlangenweise anstehen, um in Geschäfte zu kommen. A heute war kein einziges Auto da. Ich habe mich wie ein Schabbat gefühlt. Als der Allerhöchste zu den Juden gesprochen hat, dass sie den Schabbat halten sollen. In den zehn Geboten sagte er. Prasdnü Subbotu oder Sveti Subbotu, отделяя ее. Heilige den Schabbat, feiere den Schabbat, sonder ihn aus. Und tue keine Arbeit an diesem Tag. Weil ich so gehandelt habe. Weil ich so gehandelt habe. Weil ich so gehandelt habe. Der Allerhöchste hat innerhalb sechs Tagen die ganze Welt geschaffen. Und siedmöi Tag hat er geruht. Und mit anderen Worten sagt der Allerhöchste. An diesem Tag. Bude, wie ich. Sei wie ich. An diesem Tag. Bude, wie ich. Sei mit mir. Unabhängig davon, wo du dich befindest. Dieser Tag ist ein Tag, den ich mit euch verbringen möchte. In dieser heutigen Situation fangen wir an, unsere Verwandten, unsere Familie und Freunde mehr zu schätzen. Wegen der Situation können wir nicht wie gewöhnlich Gemeinschaft haben mit unseren Familien und Freunden. Wir waren es so gewöhnt, dass unsere Familie und Verwandten etwas gewöhnliches für uns geworden sind. Wenn wir aber plötzlich nicht mehr die gleiche Gemeinschaft haben können, wie früher. Wir beginnen mit ihnen mehr zu schätzen. Und wenn ich darüber nachsinne. Ich denke, dass ich meine Wochenende mit denjenigen verbringen möchte, die mir nahe sind, die mir lieb sind. Und ich schätze diese Zeit auf besondere Art und Weise. Ich warte darauf, bis diese Krise mit dem Virus hinter uns ist. Damit ich erneut die gleiche Gemeinschaft wieder aufnehmen kann mit meinen Familien und Freunden. Und mit anderen Gläubigen und mit anderen, die in unserer Gemeinde sind. Es ist schwer für mich, diesen Saal leer zu sehen. Aber ich freue mich, dass ich durch die Kamera zu euch sprechen kann. Dass ihr mit mir seid. So ähnlich ist es auch mit Gott. Er hat gesagt, das ist mein Wochenendtag. Und diesen Tag, ich möchte mit euch verbringen. Für ihn war das Hebräische, das Jüdische Volk derart wichtig. Dass er ausgerechnet mit diesem Volk seinen einzigen freien Tag verbringen wollte. Und er hat erwartet, dass unser Volk demgleichen ebenfalls sich erfreut. Und heute, unabhängig davon, wo wir uns befinden, wir verbringen diesen Tag mit ihm. Mit ihm und mit uns. Weil er es erwartet. Er möchte es. Wir sind für ihn seine Familie. In Jeshua sind wir seine Menschen. Wir sind seine Verwandten. Wir sind seine Freunde. Das ist ein besonderer Tag. Und ich bin dem Höchsten dankbar für den Kalender, den er uns gegeben hat. Und besonders. Er möchte, dass er mit mir, mit uns sein möchte. Und dafür, dass Jeshua gekommen ist. Für unsere Sünden gestorben ist. Aus dem Tod wieder auferstanden ist. In den Himmel erhoben. Sein Geist ausgegossen. Damit wir mit ihm gemeinsam zusammen sein können. Auch hier auf der Erde. Auch während des Corona-Virus ist. Auch während des Corona-Virus ist. Auch in der Zeit, in der wir zur Isolation berufen werden. Wir sind zusammen. Wir sind in einem Geist. Und kein Virus kann das verhindern. Alle Ehre gebührt Jesus. Amen.